Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bad Wars mit mir, dem Torben und mit dabei ist der Tobi. Hallo Tobi. Hallo. Und Leute, heute mal wieder eine normale Folge Bad Wars, also kein Quick Bad Wars. Bögen können benutzt werden und es kann ein bisschen Rang erdauern. Aber es ist glaube ich auch schon die letzte Folge, die wir theoretisch vorproduzieren müssen. Wenn ich mich recht entsinne. Also ich meine, wir wollten ja sowieso eine mehr machen für den Freitag. Ich weiß ja nicht, Alter. Ich bin so am Arsch greifen. Ja, sonst machen wir es. Sonst können wir es ja auch noch. Ich brauche dir auch Gold. Ja, stimmt. Ah ja, okay. Das seitliche Fastbridgen kann ich noch nicht, Leute. Ich lerne noch, würde ich dazu mal sagen. Ja, ich bin auch schon wieder. Ich muss auch noch das Video für morgen schneiden, ey. Ich hoffe, das wird nicht zu viel Arbeit. Wie ist das alles denn? Wenn da so Spaß ist, wieder rumschreien, ey. Wie du. Das war das, was wir beide alleine aufgenommen haben. Okay, das ist eine. Ich glaube auch. Ich glaube tatsächlich, das war relativ entspannend, dass ich da auch nicht viel schneiden musste. Das wäre nice, weil mittlerweile ist es 10 vor 2 und ich habe Bock, Pan zu gehen. Also, erstmal habe ich jetzt Bock, natürlich das Video hier aufzunehmen. Aber schneiden macht einen dann nochmal richtig K.O. Darauf habe ich natürlich nicht so viel Bock. Vor allem, weil heute, äh, war echt ein anstrengender Tag. Ich war erst, anderthalb Stunden joggen. Dann, zwei Stunden Training. Meine Ausdauer war also so am Arsch. Äh, du willst in Dublin dann in Dublin, in Dublin, in Dublin joggen gehen. Ja, also, erstes Bett, warte, wir können sofort weiter darüber reden. Erstes Bett habe ich bekommen. Leider nicht die Kills. Okay, ja? Ja, ich bin so, da habe ich gar keinen Bock. Doch. Du, du hast mein Eischen geklaut. Ach, willst du haben hier? Ich will nicht eine ganze Woche gar nichts machen. Ja. Nee. Denk ich würde schon geil. Merkst du beim Kickboxen einfach direkt, wenn du zu wenig Ausdauer hast? Ich nehme mir auch. Ja, aber beim Kickboxen ist das halt ein Abfuck, weil du dann eine reinbekommst. Ja. Okay. Das, äh, kann ich mir dezent vorstellen. Ja. Deswegen, da. Das ist halt das Problem, dass du wirklich kaum noch mithältst, weil du noch, ich bin ja in Amerika und da würde ich wahrscheinlich auch nichts machen. Ähm. Ähm. Das werde ich danach übel merken. Daher werde ich mit kaum einem noch mithalten können. Kritisch hier. Dass ich wieder Ausdauer aufgebaut habe. Boxy, Tobi, Boxy. Hältig. Try to, äh, hit them. Ja, das ist halt so meine Motivation. Keine auf die Fresse zu bekommen. Deswegen. Will ich, äh. Also, natürlich auch, äh, sportlich zu bleiben. Der da unten hat nen Bogen. Naja, okay. Kann ich den irgendwie bekommen gerade? Ich hab ihn wiederum nur geschlagen. Ach, der Gelb, der ist tot. Achso. Ups. Und der Blaue geht zu Gelb, okay. Dann geh ich doch mal zu Blau. Mach das, ich höf den Blauen. Okay, die Blauen haben leider zwei Voll-Equipte in der Base. Und waren auch so klug, äh, wie unser Primax, den Weg nicht direkt vom Bett auszubauen, sondern so ein bisschen rechts daneben. Dass man nicht direkt vom Weg aus unser Bett abbauen kann. Oh, nice, Blöcke, das ist gut. Ich packe hier mal ein bisschen Zwecks in die Kiste. Zuck. Leute, ihr müsst mir auch mal in die Kommentare schreiben, ob ich mal wieder... Ups, Alter. ...nein neues Picture-Pack machen soll. Habe ich mich nämlich immer noch nicht richtig dran gesetzt. Also ich hab kurzzeitig mal... ...n bisschen an ein paar Texturen gearbeitet. Aber nicht fertiggestellt und einfach... ...unvollendet in den Ordner gepackt. Hm. Mal gucken. Oh, geschwusst. Und, äh, wir müssen auch noch nen Q&A machen, Tobi. Mhm. Fuck it, ey. Wird es mir neu? Ja, hab ich mal angekündigt. Ich weiß. Wollte ich nochmal ein extra Video... Hast du vieles angekündigt, du? Nö, hab ich gar nicht. Oh. Du hast angekündigt deine Mama. So, echt nicht viel angekündigt. Ähm, das Ding ist, wir müssen... Ach, äh, Quatsch. Dazu wollte ich halt nochmal ein extra Video machen. Und... Nämlich... Ich bin tot. Nämlich schon, denke ich, morgen auf. Lade das frühzeitig halt noch als doppeltes Video mal hoch. Und darunter sollen die dann einfach Kommentare schreiben. Wollte sie ihre Fragen reinhauen. Also ihr, liebe Leute. Sollte einfach... Und kommentiert Kommentare. Genau, Kommentare reinhauen, in denen ihr uns eure Fragen stellt. In denen ihr uns eure Fragen stellt. Aha. Um uns einfach mal ein bisschen... Fuck! Hätte ich mal ein Block dahin gesetzt. Um uns einfach mal wieder ein bisschen mit euch zu unterhalten und... Um uns mal ein bisschen fucken. Hallo Torben, ne? Wiese Schimpfwörter, die gehen mir ein wenig auf den Käps. Ihr uns mal wieder so ein bisschen besser kennenlernen. Tobi hat jetzt natürlich wieder fully grip. Alles Gold für Welt. Jetzt gerade erst im besten Bogen. Siehste, alles Gold verwertet. Und stirbt dann locker gleich. Ja und? Hat sich gelohnt. Nein, ist doch keine Action ey. Das hier. Das ist noch wahres Bad Wars, was ich hier spiele. Schreibt es bitte in die Kommentare. Naja, aber ich habe mir tatsächlich mit so einer Taktik auch den Bogen erst verdient. Wow, das sieht cool aus. Wow, das sah echt cool aus. Ich habe mein ganzes Inventail, als ich gestorben bin, voll mit Blöcken gemacht. Das sah cool aus. Wirklich. Das sah echt cool aus. I mean it seriously. Von dem Wurzeln nur tötet. Von Blau. Ne, der Wurzeln. Komme ich da durch? Was meinst du? Hm, gerade vielleicht. Weil wir den ablenken. Na, ja doch. Ja, ja. Ja, auf jeden. Du kommst durch. Ganz klar. Habe ich noch einen gelben Brunner geschickt. Nicht cool, ich bin gestorben. Aber Primix hat ihn. Ich sollte mir auch mein Crip kaufen. Dann überlebe ich auch mal länger und kann ein bisschen an der Action teilnehmen. Teilhaben, meine ich. So, hier ein bisschen Rüsi. Boom. Bisschen was zu Phrasen. Ne Spitzhacke. Und das war's. Oh, ein Bogen. Boah, den hatte ich schon ewig nicht mehr. Nice. Da will ich mich jetzt mal nicht drauf anrichten. Ja, ich gucke auch mal, ob ich irgendwas gerissen kriege. Ich habe jetzt ja mal wieder einen Bogen. Ist ja auch mal ganz schön. Oder Leute, das ist doch echt toll. So, boah, was haben wir für einen Weg. Aber ich gehe durch wie ein junger König. Oh, das war knapp. Ich hatte viel zu viel Angst aus der mich. Wir haben ein Problem. Wieso? Einer. Oh, ich habe ihn im letzten Moment... Ich meine, ich habe den Bogen geopfert, weil ich Achtung geschrieben habe. Ja, bin draufgegangen dabei. Aber er hat im letzten Moment den einfach noch gekriegt. Sonst wäre unser Bett wahrscheinlich weg. Das wäre doof gewesen, Tobi. Das wäre echt doof gewesen. Das Ding war, dass ich dann halt runter gehatet wurde. In Achtung schreiben. Wieso schlägt der mich denn von hinten, Alter? Ja, das ist doch noch mal. Best Bogen ist gone. So, wieder wie ein junger König durchhüpfen. Jetzt ist er im Moment dann auch wieder erreicht, wo Tobi Salty wird. Ja, ich bin da gelb schon fast am Bett. Ich bin blauer von hinten und killt mich. Und Spaß jetzt. Manche spielen wieder so schlau wie vor 50 Jahren. Das war so eine schöne Combo, die ich gerade den blauen da mit bestem Equip gegeben habe. Das ist interessant. Und es hat nichts gebraucht. Der hat trotzdem gewonnen. Tja. Oh. Wo, wo, wo ist also Gold? Drei mal kannst du raten. Vor allem er schreibt noch so, ich spare auf gutem Boden. Eikack. Da kann ich schon nichts für. Hätte er eher sparen sollen. Ich bin übrigens voll der Teamplayer, Leute. Ja, aber tatsächlich bin ich meistens. Sagen wir manchmal. Bis ich Salty werde. Nichts Ende. Manchmal auch schon vorher. Wenn du zu viele Sachen für dich beanspruchst. Das stimmt doch nicht, das würde ich niemals machen. Jetzt haben wir da schon so viele einen Bogen. Na fuck ey. Also, warum gehe ich denn mit einem Bogen in den Nahkampf? Tobi, wenn du jetzt drauf gehst, ne? Gut. Na, ich bin so gut wie tot. Ich habe den blauen Bogen, glaube ich. Ja, aber du hast auch den besten Bogen. Ne, den habe ich schon verloren. Hast du auch wieder einen neuen gekauft? Ah, nein. Was denn diesmal? Zweitbesten? Ne. Rechtesten. Hm. Okay. Einer kommt von oben. Kriegst du den? Ah, nein. Ich bin gerade in der Mitte. Wow. Was denn? Ich habe blau abgeschossen aus der Base. Ach, nee. Oh, stressig ey. So langsam. Also danach müssen wir echt aufhören. Shit. Ich brauche dich. Ja, ich habe nichts. Na, sondern ist egal. Da kriege ich das schon hin. Doch nicht. Da kommt einer. Primax. Gut. Ich habe es getroffen. Ach, das kriegen wir hin. Kein Ding. Ja, habt ihr den oder braucht ihr mich noch? Boah, Primax. Das war so ein Fehler, aber ich habe ihn. Mein Gott. Alles gut. Ich rufe ihn an. Das war Teamwork. Das war Teamwork, Primax. So muss es manchmal auch laufen. 12 Gold in der Kiste. Kannst du ihm einen Schreibe hängen. Nice, ich kann mir mal einen Bogen holen. Also nicht den besten, aber irgendeinen. That feels good. Wenn ich den diesmal ein bisschen geben kann. Letztes Mal hatte ich einen Bogen, da habe ich eine Rettungstat begangen. Wobei ich vorher auch den Fehler selbst gemacht habe. Also war es das einzig Richtige, den Fehler auch selbst zu beheben. Zack. Weil das eine Gold ist, ich habe auch rumgepackt für sonst was. Ich glaube, damit kann man eine ganz witzige Sache eigentlich machen. Mit dem Levi-Mod, wenn man das hier so... Irgendwo drauf hilft, da. Oh ne, jetzt ist er reingebounced. Nein. Auf jeden Fall ist es gerade rumgesprungen und das sah cool aus. Und das wollte ich wieder machen, aber es hat nicht funktioniert. Aber jetzt wartet kurz auf mich, ich will auch kommen. Irgendeine Portet zig. Könnte vielleicht hier Dings sein. Primax. Tobi, bist gerade konzentriert oder warum redest du nicht? Ja, ja, ja. So, okay. Rennst mich doch. Oh, ich wusste, dass er sich einen Bogen wollte. Äh. Nein. Der Gelbe hat einen auf Teamplay gemacht. Oder er war einfach nur behindert wie sonst was und ist an mir vorbeigerannt. Naja, ich renne mal zu gelb. Ich renne zu den Yellowen aus dem Heck. Okay, da sind immer noch zwei Leute und einer von ihnen ist voll equipt. Diesen Unterkenglisch ist sehr neugierig. Oh, da habe ich ihnen von hinten das Bett weggesneakt. Sie waren beide am Kaufen. Ich habe die Chance natürlich genutzt. Ist ja ganz klar, ist ja ganz klar. Ja, du, ich bin ruhig stolz auf dich. Ich will dich adoptieren. Geh mir ja weg, ey. Ich spame dich jetzt weg. Noch einen Hit brauchst du. Ja, komm, jetzt bleib doch stehen hier. Kicker Life Trau... Jawohl, okay. Der Bogen ist weg, der Erste. Kicker Life Trau dich, ey. Hast du früher geguckt? Oh, der hat einen Bogen. Ja, komm her. Ich habe nicht Kicker geguckt. Ich hätte keine Kindheit ohne Spaß. Ja, Kicker Life Trau dich, wäre auch voll cool. Hätte es immer Bock gemacht eigentlich. Joa. Ne, ehrlich. Ja, ich musste mich gerade nebenbei strecken. Ach so. Habe ich das so gequält ausgesprochen, du. Weil da... Ich war immer ein bisschen neidisch auf die, die da mitgemacht haben, muss ich sagen. Ich lief an mir gerade ein Bogen fight mit dem Dude. Mit dem gelben. Ich glaube, er will irgendwas von Hack schreiben oder so. Aber er schreibt nur AC. Ja, wahrscheinlich. Wegen dem gesperrten Zeug. Also bei Hack, ja. Ne? Ich verstehe nicht, was du meinst. Ja, ich meine, jetzt ist es nicht mehr mitreden so. Kannst du gerade irgendwie Gold besagen? Oh, ich bin tot. Ich habe mir gerade ein neues gesperrt. Hast du, alles klar. Wo hätte ich den gehabt? Ich hätte den wesentlich schneller getötet. Also, ich habe ihn ja nicht getötet, aber den anderen auch schon wesentlich schneller. Und ihn hätte ich auch bekommen wahrscheinlich. Er hätte drei Schüsse teilweise hintereinander von mir reingedrückt bekommen. Cool. Mhm. Na, er hat sich ja wieder verzogen. Ist ein bisschen stressig. Na, er war ein guter Bowfight. Soll ich ihn einen Abwehrloh holen? Nein. Soll ich jetzt einen Abwehrloh holen? Also, es gibt ja noch ein Team, ne? Also, ein Bett. Ja, hol einer. Soll ich die werfen oder du? Tobi? Also, ich habe damit letztes Mal Erfolg gehabt. Naja. Stimmt. Ähm. Da müsstest du mir deinen Bogen geben. Na, das macht Sinn, damit ich den unter Druck setzen kann und ablenken von dir. Ja, aber ich nehme. Da unten ist der andere, ne? Ich weiß, den hole ich mir. Muss nur hier. Ne. Wer zu rot rennen wollte. Hörst du den? Wow. Ja. Klar. Da kommt noch einer. Von blau, rennt zu uns. Rennt zu uns. Achtung, habe ich geschrieben. Ne, lasst euch. Den krieg ich nicht. Scheiße, und der Primax passt nicht auf. Er hat unser Bett. Unser Bett. Ey, Primax, warum denn? Der steht einfach nur da. Er hat immer noch nichts gecheckt. Wow, er ist tot. Ja, er hat gerade. Pass auf. Da oben. Ja, ich weiß. Oh, der hat ja gekippt. Okay. Ähm. Da oben. Der hat einen Bogen. Wenn wir den haben, können wir mit einer Endoppler vor. Ja, das stimmt. Ich will mir aber auch noch dann holen. Warte. Jetzt ist echt good old times, Alter. Mit zwei Enderperlen. Der blaue kommt von uns. Das hatten wir schon ewig. Ich kann ja mal zu Team Rot gehen. Der sponnt ja Gold. Da war ich gerade. Da war ich. Dann zu Team Gelb. Da lebt noch einer. Da lebt noch einer. Stimmt. Aber gerade ist doch schon ein bisschen her, oder? Nö. Nicht so wirklich. Aber ich schätze, da wird ein bisschen was liegen. Ich bin kurz bei Rot. Ja, beil dich, Bruder. Ja, mach ich. Du hast ja jetzt nur noch die eine Seite zu decken, oder? Oh, ein Gelb kann halt jederzeit kommen. Ja, ja, aber der kommt erstmal nicht. Der chillt erstmal. So, eine Enderperle habe ich schon mal. Jetzt brauche ich nur noch, äh, stärker. Stärker. Eine kleine Krypton von blau habe ich. Ich hole mir nochmal zwei Heilung und... Alter, der trifft mich. Schnelligkeit ist nicht drin. Okay, ich komme. Ja, warte. Also nochmal, würde ich auch noch nicht gehen. Ja, ich meine, ich sponnte eh immer nur ein Gold. Dann warte ich lieber in der Mitte. Okay. Shit, der ist weit vorgerückt, ein blauer. Ja, ich habe keinen Bogen, aber bin da. Wenn es der Gelbe schießt auf den. Hey, wie, du hast keinen Bogen, achso. Ne, ich habe mir die Enderperle geholt. Tobi, pass auf, der blaue. Der ist oben. Ryle Barview. Ich finde... Okay, da kommen jetzt nochmal zwei blaue. Ne, eine gewisse. Die kill ich. Die haben zwei volle Küppen. Ne, hol ich den hier oben. Also schießt nochmal kurz. Egal, hol ich den blauen. Wo ist der? Wo ist der oben? Ja, der ist hier. Ich hole mir den. Der ist immer noch an seinem Bunker. Boah, erschrocken. Tobi. Der ist hinter dir. Ja. Gut. So, wollen wir uns eben zu... Also soll ich mich eben zu rot vorziehen, oder? Ne, hier. Hier, Tom. Hol mal zwei Stärke-Tränke. Boden. Wo hast du es hingeschmissen, Tobi? Da. Ja, bei mir ist es nur ein... Ich sehe das ja nicht. Das liegt ja flach auf dem Boden. Ja, bei mir auch. Ja, das habe ich nicht gesehen. I'm sorry. Okay, dann machen wir das jetzt mal. Und hol dir auch den Rohr ab, oder? Ganz klassisch. Zwei Stärke-Tränke. Mhm. Okay. Und eventuell die auch im Bogen oder so. Hast du ein Eisenschwert? Ne, stimmt. Okay. Ja, habe ich dir gekauft. Ich habe die drei Chestnut, okay. Dann hole ich jetzt noch Warpowder. Hast du die drei Chestplate? Ja. Okay, gut. Okay. Kommen wir zurück. Weil Bogen macht nicht so viel Sinn im Nahkampf, wenn wir da mit Stärke hingehen. Nein, nein. Ich sammle hier auch nochmal nur für ein... Hast du Heilungstränke, wenn du vielleicht noch gekauft bekommen? Nein. Okay. Ich habe lieber noch... ...zwei Traps gekauft, die ich auf unseren Weg setze. Hier ist ein Stärke, hier ist ein Warpowder, hier ist ein Eisenschwert. Warpowder hätte ich gehabt, ja, danke. Achso. Ich hätte das vielleicht noch... Ähm, ich setze eben die Traps an unserem Weg. Oh, Moment. Ich habe da einen Kumpel noch. Oh. Da ist, der eine kommt noch. That was unnecessary. Ja, okay, dann können wir theoretisch... So, komm. Hin. Wie lange hältstärke? Dreiein Minuten. Dann können wir jetzt trinken. Ja, lass mich mal vor, ich habe den Bogen. Jetzt blockst du mich. Ja, lass mich doch hier im Baum. Oh, der hat einen Bogen. Ja. So, werfen. Ab hier. Und das geht nicht. Das schaffen wir nicht. Wir müssen noch ein Stück gehen, bis wir geschossen werden. Ich werfe. Okay, dann wir... Drei, zwei, eins. Ich meine, es ist schlecht geflogen, ich bin... ...s nicht geschafft. Ich habe es geschafft. Okay, komm. Kill, kill, kill. Ja, du musst kommen, du musst kommen. Ja, kill die Mut. Ja, komm. Die haben hier Kisten. Tobi, ich brauche deine Hilfe, ich bin tot. Ja, kill die Mut. Ja, Tobi, es geht nicht, wenn die Schwerter hat, ich bin tot. Ich habe doch gesagt, das schaffen wir nicht. Mit einer... Aus der Entfernung. Du musst die... Okay, die haben keine... Du musst die Kiste von denen leeren. Haben die, habe ich glaube ich schon. Oben, oben. Nee, oben haben die eine. Oder du musst dich das Bett schnell abbauen. Ja, die haben nicht. Fuck. Mies. Na ja, Leute. Ich habe gesagt, das schaffst du von draußen nicht. Du hättest ein bisschen noch rangehen müssen, aber egal. Nee, nee, die Enderbälle ist total behindert geflogen. Ich habe halt geworfen und dabei ist sie irgendwie runtergerutscht. Aha. Ja, nee, total behindert war das. Naja, Leute, man kann nicht jede Runde gewinnen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann lasst doch eine positive Wertung da. Das war es jetzt zumindest erstmal von dem Vorproduzier-Marathon. Keine Ahnung. Jetzt müssen wir dann gucken, wann war das nächste Video. Ach, keine Ahnung. Leute, ich bin verplant jetzt. Falls ihr den nächsten Mal verpassen wollt, könnt ihr natürlich gerne abonnieren, als ob der Gelbe jetzt die noch fickt. Ja gut, die hatten kein Equipment mehr, ne? Na, Marino. Warte, warte. Ich will sehen, wie er die zerstört. Der Gelbe gewinnt. Ja. Nicht einladen. Okay. Und wo ist das jetzt in der Mitte? Was ist jetzt passiert? Ja, der Blau ist in der Mitte. Ja, der Gelbe zerstört die. Okay, Leute. Na gut. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, habe ich schon gesagt. Ihr könnt natürlich auch gerne abonnieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. An der Stelle bedanke ich mich dann fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder oder übermorgen. Je nachdem, ob ich es schaffe, für Freitag dann ein Video zu haben. Wir sehen uns einmal über den nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut da rein und... Schlafen. Schlafen. Auf Wiedersehen. Haut rein. Ciao.